Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 14. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1210, heute mit den folgenden Themen. Forza, und zwar Motorsport, Bluetooth, You, Apple Pay Later, For All Mankind, K9 Mail und Wochenmenüplan. Ich beginne gleich mal mit Forza Motorsport. Nicht Forza Horizon, was mein absoluter Favorite bei den Games ist, neben Solitaire, sondern eben das Motorsport, so in einigemassen gleichzusetzen mit Gran Turismo oder wie das heisst auf der Sony-Seite. Forza Motorsport ist von Microsoft und das soll im nächsten Jahr wieder mal eine neue Version bekommen. Die letzte Neuveröffentlichung war im Jahre, ich glaube, 2017 irgendwo angesiedelt. Ich weiss auf jeden Fall, es ist schon lange her und es war noch eine grüne Box damals, als ich das Spiel zum Testen bekommen habe. Lange, lange ist es her. Wir dürfen gespannt sein. Der erste Trailer zeigt, dass das Spiel auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level ist. Wir dürfen gespannt bleiben. Bluetooth, also die Bluetooth, wie heisst die, die Dachorganisation, jetzt ist es gegangen. Bluetooth Special Interest Group SIG hat AuraCast Broadcast Audio, also ABA, ausgerufen. Das soll ein neuer Standard werden beim Bluetooth. Das soll das bisherige Audio-Sharing, was man zum Beispiel unter anderem in einer circa ähnlichen Version bei Apple-Kopfhörern kennt, wo man mehrere miteinander verknüpfen kann, also zwei oder bei Teufel-Kopfhörern. Und das soll abgelöst werden eben durch dieses AuraCast Broadcast Audio. Grundsätzlich soll alles, was Bluetooth empfangen kann, also Endgeräte wie Smartphones, Laptops, Fernseher, die Audiosignale empfangen können oder strahlen können, das an unbegrenzte Anzahl an Geräten senden können. Also quasi auf den Lautsprecher, auf den Kopfhörer, auf alles Mögliche, sodass die Grossmutter mit dem Kopfhörer hören kann, damit sie es genügend laut hat und die restlichen normal auf die Bluetooth-Kopfhörer streamen können und so weiter und so fort oder eben einen ganzen Saal mit Kopfhörern voll streamen. Man kennt es vielleicht von Museen. Es soll deutlich einfacher sein, dass man da eben sich connecten kann mit Tap-to-Things-Bummens, also drauf tippen und dann soll sich das Ganze verbinden und dann hat man die Möglichkeit, da mitzumachen. Das soll funktionieren logischerweise nur dann, wenn man ein kompatibles Gerät hat und da ist es eben, wer sich jetzt denkt, juhu, jetzt kann ich all meine 15 Bluetooth-Speaker und noch die zwei Kopfhörer miteinander koppeln. Nein, das ist eben nicht so. Ihr braucht dann da natürlich ein neues Gerät für genau das. Und das wird das Ganze schwieriger machen. Es könnte aber auch das Ganze besser machen für zukünftige Geräte. Mal schauen, ob dann gleich bei Start bei allen neuen Geräten das verbaut wird und oder ob es dann noch eine Zweiklassengesellschaft gibt. Das wird ein bisschen holprig, aber wie immer bei neuen Standards. Und somit dürfen wir gespannt abwarten, was da genau kommen wird und wie man es schlussendlich umsetzen kann. Dann geht es weiter mit You. You, das Schweizer Fintech, wo man sparen, ausgeben und investieren kann, hat eine neue Möglichkeit. Mir geboten an unsere Hörer, an unsere Leser, nicht mehr 20 Trading Credits, sondern 25 Trading Credits gibt es zum Anfang. Da jetzt mittlerweile ja auch Google Pay und Apple Pay und alles Mögliche neue mit drin ist an Funktionen, man hat fleissig nachgebessert, ist es vielleicht auch für dich mal an der Zeit, das Ganze auszuprobieren. Möglichkeiten und alles, was rundherum ist und wie das Ganze funktioniert, lest es in den Shownotes auf daily.geektalk.ch nach oder auf dem Podcast-Joyes Vertrauens, da findet ihr einen Link dahin. Weiter geht es mit einem auch noch Fintech-Thema, nämlich mit Apple Pay Later. Da sind noch neue Dinge aufgetaucht, eben nach dem, was man alles schon weiss, habe ich in den letzten Episoden schon das eine oder andere Mal erzählt. Neu ist es jetzt so, dass Apple eine Deckelung gibt, ein Limit, die ID kann, oder eine Apple ID kann insgesamt 1000 Dollar gleichzeitig mit Ratenplänen versehen und nachher wird das Ganze gedeckelt. Ich gehe mal stark davon aus, wenn man eine gute Bonität hat etc., kann man sich da dann auch weiter nach oben kaufen oder respektiv weiter nach oben nutzen. Ja, dann geht es weiter mit For All Mankind. Wer die Serie noch nicht gesehen hat und immer wieder von Leuten gehört hat oder vom Geschwärme der Leute gehört hat, ja, die dritte Staffel ist draussen, über den ganzen Sommer verteilt, kommt jeweils am Freitag eine neue Episode aus der dritten Staffel raus. Und für all diejenigen, die sich jetzt anfixen lassen möchten, Apple hat die erste Staffel kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heisst, auch ohne ein Apple TV Plus Abo kann man sich die Serie jetzt reinziehen, zumindest in der ersten Staffel und nachher kann man ja für 6 Franken pro Monat sich so einen Monat mal dazu buchen, um den Rest noch anzuschauen. Und die ganzen anderen Serien, die da noch drin sind, hat wirklich coole Geschichten drin. Weiter geht es mit Thunderbird und die haben bekannt gegeben, dass sie auf Android kein Mail-Client bauen werden. Der Grund ist einfacher. Auf iOS gibt es einen solchen, der kommt langsam auch in die Pötte. Unter Android ist es nicht so, weil man ganz einfach sich die K9-Mail-App einverleiben wird. Wieso macht man das? Der grösste Grund oder einfachste Grund ist, der Entwickler, der daran arbeitet, der arbeitet schon bei dem Mutterhaus von Thunderbird und somit geht es natürlich deutlich einfacher, da die Manpower mit reinzuholen und dann auch das Ganze reinzunehmen. Es gibt optische Anpassungen und es soll auch noch sonst ein bisschen Anpassungen geben, namentlich natürlich auch die Anpassung auf eine Thunderbird-Mail-App und dann wird es irgendwann eine Thunderbird-Mail-App für Android geben. Ich freue mich schon drauf. K9-Mail-App nutze ich zwischenzeitlich immer wieder mal gerne, wenn ich unter Android unterwegs bin. Und dann, wie gestern ja erwähnt, heute Morgen ging noch ein neues Video online. Wer es sich anschauen mag und noch nicht hat, darf das gerne tun. Allen anderen wünsche ich einen schönen und erfolgreichen Start in die Woche. Wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.